Kunst im öffentlichen Raum Es ist sehr viel von Demokratie auf der Tagung die Rede Aber da geht es nicht immer darum, ob die Kunst auch demokratisch organisiert ist Und darum soll es uns hier in diesem Forum gehen Zunächst zur Vorstellung Neben mir links sitzt Kevin Atherton, er ist bildender Künstler Letham National College of Art and Design in Dublin Hat zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum realisiert Unter anderem in Brixton, Clostershire, Cardiff und London Links von Kevin Atherton sitzt Leonie Baumann Leonie Baumann ist Rektorin der Kunsthochschule Berlin-Weißensee Vormals war sie jahrelang Geschäftsführerin des neuen Berliner Kunstvereins Neue Gesellschaft für Bildende Kunst Und davor war sie Beauftragte für Kunst im öffentlichen Raum Des Berufsverbandes Bildender Künstler Und ist jetzt Vorsitzende des Beratungsausschusses Kunst Dem in Land Berlin höchsten Gremium für Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum Neben Leonie sitzt Hervé Armand-Beschy Er ist Herausgeber der internationalen Website Art Publique Ist seit 1976 mit Kunst im öffentlichen Raum befasst Er war lange Zeit Beauftragter für Kunst im öffentlichen Raum Für die 1%-Regelung in Frankreich Und Herausgeber des Magazins Les Dossiers de l'art publique Hervé Armand-Beschy ist Publizist Ganz rechts von mir, also für Sie ganz links außen Sitz der Bildende Künstler Lou Favorit Lou Favorit ist Künstler und Musiker mit dem Schwerpunkt Erinnerung Und er gehört dem Vorstand des Berufsverbandes Bildender Künstler von Berlin an Also der Organisation, der größten Künstlerorganisation in Berlin Der Berufsverband Bildender Künstler Zwischen meinem Kollegen Martin Schönfeld Den ich hiermit auch vorgestellt haben mag Sitz Thorsten Goldberg, ebenfalls Bildender Künstler Der vor allem im öffentlichen Raum arbeitet Mit seinen Werken in Berlin und europaweit vertreten ist Herausgeber von Public Art Wiki Sprecher der Fachkommission für Kunst im öffentlichen Raum des BBK Mein Name ist Elfriede Müller Berufsverband Bildender Künstler Büro für Kunst im öffentlichen Raum Nun kommen wir zu den Thesen Ja, wir stellen Ihnen jetzt am Beginn der Veranstaltung Einige Thesen zu dieser Veranstaltung Zu dem Thema der Veranstaltung vor Und dann im Anschluss an diesen Vortrag der Thesen Werden dann die einzelnen Mitglieder des Podiums Ihre Statements abgeben Und dann wird die Möglichkeit des Gesprächs geben Und da wünschen wir natürlich auch, dass Sie vor allem sich auch an dem Gespräch beteiligen Gut, also zu den Thesen Die These 1 Die zeitgenössische Kunst steht inmitten gesellschaftlicher Auseinandersetzungen Bildende Künstler und Künstlerinnen sind mehr und mehr zu politischen Akteuren geworden Die mit ihren Werken Lösungsvorschläge anbieten, die Gesellschaften gerechter zu gestalten und sich für Teilhabe einzusetzen Indem sie den öffentlichen Raum verteidigen und zurückerobern Der Bereich der Kunst im öffentlichen Raum steht im Zentrum gesellschaftlicher Konflikte um Demokratie und Mitbestimmung Zweitens Trotz der Bedrängung des Marktes ist die Kunst im öffentlichen Raum nur indirekt von ihm abhängig Und stellt damit einen Freiraum dar, der gegenüber dem Markt zu behaupten und zu gestalten ist Drittens Die Kunst im öffentlichen Raum, die maßnahmegebundene klassische Kunst am Bau, wie wir sie in vielen europäischen Ländern kennen Und die maßnahmeungebundene Kunst im Stadtraum ist Teil der Kulturpolitik von Staat und Gesellschaft Sie bietet nicht nur eine tägliche Konfrontation ästhetischer Art Sie hat auch einen politischen, sozialen und historischen Hintergrund Nicht zuletzt deshalb sind beide Kunstformen für den öffentlichen Raum meistens Ergebnis demokratischer Verhandlungsprozesse Die das Mitspracherecht der Nutzer und der Betroffenen einschließt Viertens Kunst im öffentlichen Raum in Europa steht heute im Kontext von Kunstvermittlung, Architektur und Stadtgestaltung Politischer Repräsentation mittels Kunst und Kultur Öffentlichen Identitätsdiskursen und von Vermarktungsstrategien des öffentlichen Raums Fünftens Wie diese Kunst im öffentlichen Raum entsteht und ob sie aus demokratischen Verfahren hervorgeht Ist eine grundlegende Frage, die Aufschluss gibt über den Zustand der Gesellschaften, in denen sie entsteht In dieser Weise ist die Kunst im öffentlichen Raum Bestandteil einer grundlegenden Kultur des Öffentlichen, einer Kultur des Öffentlichen in der Demokratie Sechstens Der Wettbewerb ist auch in der Kunst das Grundprinzip der Chancengleichheit Für den Kunstwettbewerb gilt es, Richtlinien und Sicherungen der Qualität des Wettbewerbs zu definieren Regelmäßige, offene Wettbewerbe bieten neuartigen Kunstformen und Kunstansätzen den erforderlichen Spielraum Achtens In offenen und nicht offenen Kunstwettbewerben ist die Jury von entscheidender Bedeutung Preisgerichte für Kunstwettbewerbe sind Orte gesellschaftlicher Auseinandersetzungen Sie bringen Menschen an einen Tisch, die im beruflichen Alltag selten aufeinandertreffen Und sind deshalb immer auch Schulungen demokratischer Auseinandersetzungen Neuntens Der Wettbewerb an sich ist die beste Verfahrensform für Kunst im öffentlichen Raum Offene wie nicht offene, also eingeladene Wettbewerbe sind eine besondere Form der Kunstförderung Manchmal auch der Förderung von noch unentdeckten Talenten Zehnte und letzte These Um die Kunst im öffentlichen Raum der politischen Instrumentalisierung zu entziehen Und sie von autoritären Repräsentationsansprüchen zu befreien Ist eine Stärkung des Wettbewerbsgedankens auf europäischer bzw. internationaler Ebene notwendig In welcher Form dies geschehen kann und soll, steht im Zentrum dieser Veranstaltung Jetzt würde ich Leonie Baumann bitten, mit ihrem Beitrag zu beginnen Leonie hat eine Präsentation für uns vorbereitet Ja Wir hatten diese Thesen vorher zugesandt bekommen Und die Stichworte zeitgenössische Kunst, gesellschaftliche Auseinandersetzung und Stärkung des Wettbewerbsgedankens Waren eigentlich die drei, die mir so im stärksten in Erinnerung geblieben waren Und ich habe mich eben gefragt, ob diese drei Stichpunkte überhaupt miteinander vereinbar sind Wir wissen alle, dass Künstler sich in den letzten 20 Jahren, kann man so ungefähr definieren Verstärkt in gesellschaftliche Prozesse eingemischt haben Ich würde da ganz gerne an wenige Künstlergruppen und Aktionen erinnern Also Wochenklausur muss in dem Zusammenhang natürlich genannt werden Mir selber fiel Volke Köpperling auch noch ein Die zum Beispiel bei den großen Umplanungsprozessen am Alexanderplatz Die einzige war, die ein kleines öffentliches Büro dort eingerichtet hatte um überhaupt Bewohner zu befragen Nach ihren Vorstellungen für die Zukunft dieses großen Platzes Der ja eine große Bedeutung hat Und alle glücklich waren, dass überhaupt jemand sie fragte Judith Sigmund, die zum Beispiel in dieser schwierigen Situation Slubice, Frankfurt-Oder Die sei ja im Grunde genommen durch eine wichtige und starke Grenze geteilte Stadt Bewohner befragt hatte Nach ihren Befindlichkeiten zu dieser Grenze Dem Austausch Antje Schiffers, die mit Tauschgeschäften unterwegs ist Lauren Leeson und Peter Dunn Die in London schon seit den 70er Jahren starke partizipative Projekte realisiert haben Die übrigens, wenn man jetzt also heute von Migrationshintergrund redet Früh schon dieses alles thematisiert haben Das sind ja alles künstlerische Aktivitäten Die in dem Zusammenhang sich entwickelt haben Und die für uns ja eigentlich im Moment heute maßstäblich sein sollten Es gibt in diesen Prozessen unglaublich viele Kooperationen Zwischen Initiativen und Künstlern Zwischen Projektgruppen und Künstlern Durchaus auch Aktionsgruppen der unterschiedlichsten Art Ich habe jetzt hier nochmal an Women on Waves erinnert Die mit der Unterstützung von dem Atelier von Lieshaut ein Boot realisiert haben Weil diese holländische Frauengruppe sich gegen das Verbot von Schwangerschaftsunterbrechung Also die Illegalisierung von Frauen Die Schwangerschaftsunterbrechen mit ihrem Boot unterwegs sind Weil das nämlich dann sozusagen exterritoriales Gelände ist Und sie damit vor Irland Beratungen und Schwangerschaftsabbrüche vornehmen können und so weiter Die Boat People in Australien Silke Wagner mit ihren Aktionen Kein Mensch ist illegal und so weiter Also alle diese Menschen haben Diese Künstlerinnen und Künstler haben es ja geschafft Mit den unterschiedlichen Initiativen zusammenzuarbeiten Und denen auch ein großes Forum zu geben Manche greifen natürlich auch zu Mitteln und Strategien Die durchaus auch komödienhaften Charakter haben können Wie die beiden tschechischen Filmstudenten Witt Klusak und Philipp Remunda Die haben nämlich, das sieht man unten rechts auf dem Bild Eine große Attrappe eines Supermarktes aufgebaut Mit einem mehrmonatigen, wirklich total durchgeplanten Werbevorlauf Sodass also tausende von Leuten an diesem Samstag Zur Eröffnung des Potiemkenschen Dorfes kamen Oder zum Beispiel, alle von ihnen werden die Yes-Men kennen Die ja das Internet auch für ihre politischen Aktionen erkoren haben Und da wirklich ganz grandiose Aktivitäten realisieren Andere greifen vielleicht zu nicht so, sag ich mal Demokratisch-legitimen Mitteln Hier die Gruppe aus Argentinien, Eskratche Die angefangen hat, mit Farbbeuteln ehemalige Militärs zu entlarven Und denen nachts diese Farbbeutel auf die Häuserfassaden zu werfen Um sie aus der Anonymität herauszuholen Das hat eine Zeit lang zu einer riesigen nächtlichen Aktionswelle geführt Wo sich viele beteiligt haben Oder Jomango aus Spanien, die eben sagen Wir können eigentlich nur gegen diese zunehmende Ökonomisierung arbeiten Indem wir das Klauen legalisieren Und also gemeinschaftliche Klauaktionen organisieren In Supermärkten und so weiter Die werden natürlich in der Regel alle nur aus der Kunstszene unterstützt Weil Kunst sowas darf Aber in der Regel natürlich keine anderen Unterstützungen bekommen Dann gibt es ja durchaus auch interessante künstlerische Vorschläge Wie hier das Department für öffentliche Erscheinungen Die Ideen entwickeln für Bewegungsabläufe im öffentlichen Raum Oder sogar ganz andere Formen für Abstimmungsprozesse entwickelt haben Ich finde, das sind ja durchaus ernstzunehmende Anregungen Die aber leider, leider im politischen Raum Oder im politischen Gremium überhaupt nicht ernsthaft diskutiert werden Wir können eigentlich mittlerweile feststellen Dass alle diese künstlerischen Aktivitäten und Initiativen und Ideen Durchaus einen großen Impuls Eine groß impulsgebende Funktion Zum Beispiel in Deutschland in der kulturellen Bildung haben Also es gibt unglaublich viele Künstlerinnen und Künstler Die aus ihrer künstlerischen Sichtweise Mit ihrem künstlerischen Impetus dort Anstöße gegeben haben Zu völlig neuen Projekten Es gibt aber wirklich nur ganz wenige Beispiele Und da komme ich eben zu Wettbewerbsverfahren Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum zurück Die in diese Sphäre hineingedrungen sind Das sind wirklich in der Tat Ich erinnere hier an Park Fiction zum Beispiel in Hamburg Oder eben dann Serafina Lenz und die Empfangshalle Die vorhin in dem Forum von Rainer Ernst eine Rolle gespielt hatten Wo da wirklich mal ein Zusammenhang gelungen ist Von einem wirklichen Schulterschluss zwischen der Entwicklung Zeitgenössischer, künstlerischer Ideen und Wettbewerbs Oder zumindest der Idee eines öffentlichen Unterstützungsgedankens Und ich denke, das ist das, was uns fehlt Wenn wir über die Verbindung der drei Stichworte nachdenken Müssten wir versuchen, wirklich eigentlich diese ganzen Wettbewerbsverfahren Oder auch die Ideen von Kunst am Bau, Kunst im Stadtraum So zu revolutionieren, dass erstmal alles denkbar ist Weil ich glaube, diese künstlerischen Ideen täten uns wirklich im Alltag gut Danke Vielen Dank für diese Anregung, Leonie Darf wir ja in mehreren Gremien gemeinsam sitzen Die angesagt werden, können wir ja beginnen, das durchzusetzen Ich denke, die Regel in Berlin, die dafür gelten ist Die Anweisung Bau würde sowas im Prinzip ermöglichen Es braucht natürlich die politische Überzeugung Da hast du völlig recht Jetzt möchte ich Lou-Favorite bitten Mit seinen beiden Du kannst auch sitzen bleiben Wo du dich besser fühlst Für mich ist eigentlich klar gewesen, relativ schnell Dass die Begrifflichkeit des öffentlichen Raumes Mit meiner eigentlichen künstlerischen Arbeit so gut wie nichts zu tun hat Trotzdem arbeite ich im Prinzip seit 20 Jahren Künstlerisch in öffentlichen Räumen Das ist ein Paradox Genauso paradox ist es für mich Wenn ich lese Es geht um kulturelles Potenzial Von sozialer Veränderung Weil es für mich so aussieht Als wäre es ein Prozess Der vielleicht ein Potenzial hat Was noch zu entwickeln ist Also etwas, was ich von außen betrachte Aber ich glaube Und der Weg hierher Hat mich auf biografische Stellen zurückgeworfen Die das unterstützen Ich bin eigentlich permanent in diesem Prozess Ich erkläre das kurz Obwohl es eigentlich nicht meine Art ist Mich selber so zu thematisieren Aber hier ist es eigentlich ganz interessant Anfang der 90er habe ich mit einigen anderen Musikern Ein, ich sage jetzt mal etwas provokativ Linksradikales Hip-Hop-Projekt gegründet Das sich zu Deleuze und Guattari bekennt Und zu der amerikanischen Na ja Band Consolidated Das hat einen Grund Also ich muss dazu sagen Das war eine Zeit Bevor 1000 Plateaus Also Mil Plateau Ins Deutsche übersetzt wurde Und die Idee daran war eigentlich Dass man selber als Linker In einer relativen Monokultur Sich bewegt hat Also musikalisch war die linke Szene Hauptsächlich geprägt vom Punk Europäischen Punk Und vom amerikanischen Hardcore So Nur kurz dazu Die Band hat Relativ viel gemacht Und Musik hat sowieso Ein anderes Verhältnis zum öffentlichen Raum Wie das die bildende Kunst hat Weil der öffentliche Raum Eigentlich automatisch entsteht Und dann eher die Frage ist Wie wird der gefüllt Ja Ich komme zu dieser Definition nochmal zurück Weil die eigentlich ein Problem ist Ich will nur kurz erklären Wir haben in In den Freiräumen Die es in den 90ern in Berlin gegeben hat Natürlich aufgenommen Geprobt Gespielt Gesoffen Und diese ganzen Geschichten Die sind jetzt fast weg Also das ist eigentlich ein Gegenstand Dieser sozialen Transformation Und explizit ist es hier so Da komme ich wieder auf die Kunst Der erste Proberaum Den wir hatten War nebenan in diesem Bunker Da waren ungefähr 30, 40 Bands Die für relativ wenig Geld Sage ich jetzt mal Ihre Proberäume hatte Es gab Keine Toiletten Es gab nichts Das Ganze wurde betrieben Von einem bildenden Künstler Aus München stammend Der den damaligen Techno-Club Ich glaube er hieß Tresor In diesem Bunker hatte Und dieser Typ hat Ungefähr zwei Jahre später Konkurs angemeldet Und die gesammelten Künstler Die ihre Arbeitsplätze dort hatten Um drei Monate mit Kaution Gebrellt Also nur so viel mal Zu dem Verhältnis Künstler Transformative Prozesse Kunst, Politik Und 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 Jetzt komme ich hierher Lauf an diesem Gebäude vorbei Und es ist ein Ort geworden Der nicht mehr öffentlich ist In dem Sinne Dass man hingehen kann Und vielleicht eine Party feiern Oder ein Konzert hören Sondern sehr exklusiv Für eine Privatsammlung Ja, hoch exklusiver Kunst Sage ich jetzt mal Ich war noch nicht drin Weil ich immer noch den Uringeruch Der Wehrmacht in der Nase habe Von diesem Gebäude Aber vielleicht mache ich es irgendwann mal Jetzt komme ich hierher An einen Ort Der früher eine grüne Fläche war Also ein Freiraum Komme auf eine Veranstaltung In der es um öffentlichen Raum geht Die allerdings nicht öffentlich ist Ja Das finde ich irgendwie Ich will jetzt nicht mit dem Zeigefinger zeigen Ich sage nur Es gibt so Zufälle Die entstehen Und dann entstehen bei mir so Ketten Und die beeinflussen mich eigentlich In meiner Arbeit Ja Also das Hauptproblem ist ja nicht Dass das hier nicht öffentlich ist Sondern dass es keine Drogen gibt Das ist das Hauptproblem Ja Dass man so früh nach Hause gehen muss Ja Um mal ein Klischee gerecht zu werden Gut Soviel dazu Habe ich noch Zeit? Gut Also Der Begriff des öffentlichen Raumes Wird eigentlich definiert Als architektonischer Raum Als freier Außenraum Der frei zugänglich ist Ich muss ein, zwei Sachen dazu sagen Warum dieser Begriff Für mich irreführend ist Und weil ich Und das damit auch zusammenhängt Warum ich eigentlich befürworte Dass es diese europäischen Linien gibt Um eben diesen Diskurs Überhaupt aufrecht zu erhalten Und neu zu beleben Also was heißt das? Der Außenraum oder der öffentliche Raum Ist frei zugänglich? Da stellt sich doch die Frage Für wen? Wir haben hier eine Ausschreibung Die nennt sich irgendwie Für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal In Berlin Da werden Begrifflichkeiten Zusammengerührt Wo man sich ganz klar fragen muss Habt ihr eigentlich noch Alle Tassen im Schrank? Also ein Freiheitsdenkmal Mit der Idee Einer Einheit Einer Volksgruppe zu verbinden In einem Land Das seit der Wende Wie man so schön sagt Über 160 Todesopfer zu beklagen hat Aufgrund von fremdenfeindlichen Übergriffen Mehrere tausend fremdenfeindliche Übergriffe Ein hohes Potenzial an Antisemitismus In der Bevölkerung verbreitet ist In diesem Zusammenhang So eine Ausschreibung zu machen Ohne dass der Diskurs Überhaupt mal aufsteckt Finde ich unglaublich Wirklich Das muss man wirklich sagen Und ich kann auch nicht verstehen Dass es Künstlerkollegen gibt Die nun wirklich so dreist sind Sich bei so einem Wettbewerb Auch noch zu bewerben Das verstehe ich einfach nicht Also Wenn es diese Begrifflichkeit gibt Des zugänglichen Frei zugänglichen Raumes Und das ist der öffentliche Raum Dann ist er nicht existent Wir haben hier Räume Die sind nicht für alle zugänglich Das muss man einfach sehen Man braucht jetzt gar nicht Von diesen Opfern reden Man geht einfach darum Es geht einfach darum zu sehen Dass die Zugriffsmöglichkeiten Auf diese Räume Schon allein Über das Schengener Abkommen Geregelt sind Wir haben eine Grenzziehung Die ganz klar sagt Wer eigentlich In diesen sogenannten Öffentlichen Räumen Sich bewegen darf Und wer nicht Also muss man doch So konkret sein Und das auch mal zu benennen Und nicht immer so zu tun Als wäre das ein Raum für alle Wer sind denn alle Und daran muss man auch Diese Begrifflichkeit messen Ich kann jetzt hier ewig weitermachen Und muss mich unterbrechen Gut, dann lasse ich es mal Darum kommen darauf zurück Danke Jetzt möchte ich Kevin Atherton bitten Um seinen Beitrag Okay My presentation will be Hopefully a mixture Of the sort of Practical experience And also pose Some philosophical questions I think that Public art Is first of all Transformative It changes the way That we see The space Within which We encounter the work The attraction to me 30 years ago When I did my first Permanently Sighted Public commission Was that The work Did the mediation The work Of course Had to be organised By others But it mediated The space And the work And the way it related To what went on In the space The people who shared That space Acted as An imaginative trigger To the way That we might Consider the space And 30 years later You know And thinking About the questions That this session Is posing About competitions For sure It was simpler Then Because there was Less public art I remember At the time Teaching part time At the Royal College of Art And it was the early days Of collecting staffs Achievements For the year For that particular year And I'd said I'd been in this show I'd done this performance And I had done This big commission In a school In the east end of London And I saw the person Cross out The school In the east end of London Because it didn't rate Because it wasn't At a gallery So in lots of ways You know I could be nostalgic About those days And be naive About The way that I had this situation Within which I could make a work But I think Now we find ourselves In a different situation Where if the commissioning body Is too visible Then the transformation Between the artwork Or the art activity And the place Can't occur Because the space Has already been transformed In that it's been Organised into And I'm not talking About walls But in the way That the event Is staged In many ways The space Has already become An outdoor gallery For the artist To then be brought into And this is the split Between Public art And art In public space And I think They are two different things If If We privatise The selection procedure Itself Then you commit The first mistake It's privatised Public art How can it be Public art If you privatise it My experience In public art Is based on Commissions I've done in the UK And more recently In Ireland And recently I went for a commission Organised by Dublin City Council And you know Of course I would say this I didn't get the commission But I would be critical Of the process Anyway In that I submitted A proposal And To the council And I kind of Want the council To have an opinion About the proposal I want them To 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 find it Problematic I want a dialogue Between me And the commissioning body And in In an email Communication From Dublin Corporation I got an email Telling me That hopefully Soon The panel Of experts Would return To the council The decision About who would Get the commission And I find that Very disturbing That it's not The council Who's making The decision But a group Of people Who In all likelihood Dublin being A relatively Small place In all likelihood I know these people But it's But I thought I was doing A commission For Dublin City council If I thought I was doing A commission That would be Assessed by A specialist Committee I would have Gone round To the specialist Committee's House The practical Models That I have Had experience Of In the early Days Were with Agencies In London Such as Public Art Development Trust And in Birmingham Public Art Commissions Association And the Model then Which seemed To have Stood for 20-25 years Is that You would Select A group Of artists Show their Show their Slides To the Client The client Could be A private Client Or a Public Client And then They would Select A short List Maybe four Or five People who Were paid A feasibility Fee And out Of that Somebody was Chosen And I Don't know I've been In situations Where You know I I've been Less than Happy with The decisions That were Made But I Had to Accept That these Were the Decisions That were Being made By the People who Were commissioning The work And the Notion Of it Being too To Privatised Too Organised You know Leads to That it Takes us Back to The notion Of public Art As the Turd In the Plaza And you Know I don't Want to Be the Turd In the Plaza And I Don't Want to Be the Artist Who's Regarded As a Shit You know As the Person Who's Brought in To do The Work I think It's About a Dialogue I'll Give An Example Of Something That in Many Ways Is a Going Wrong Of a Proposal And then I'll Finish I have A sculpture In Cardiff And it's Been there For maybe 25 Years And it Was one Of these Limited Competitions And I Always Preferred Still Prefer A Situation Where I'm Able To present The Proposal Live This Was This Proposal Was You Submitted The Drawings Or The Maquette And I Submitted A proposal That was To Create To make A Massive Well a Three meter Diameter Mirror Polished Stainless Steel Ball And the And the Site Was Overlooking Cardiff Bay And I Had A Series Of Periscopes And Telescopes Or this Was The Proposal Did This Drawing Of With The Reflection In The Ball And Lots Of Little Holes And I Did A Cross Section About What These Viewing Holes Would Be And Finally To Kind of Give Them The Idea I Did A Drawing Of A Figure Of A Man Just Doing This Looking Through One Of The Holes And That Evening The Evening Of The When The Panel Met For To Decide Who Got The Commission I Got A Phone Call Saying You'll Be Delighted To Know You've Got The Commission And The Commission Twenty Years Ago Was Quite A Big One It Was About Fif Thousand Pounds And They Really Like The Idea Of The Bronze Figure Leaning Against The Sphere And I Had Made Lots Of Bronze Figures And I Thought And I Said What No 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 That's Not The Idea That's Just A Drawing Of A Man Looking Through The Holes So I Got The Commission On The Basis That There Was A Figure As A Kind Of Decoy And I Said Well I Need The There Was A Misunderstanding And Then I Thought Over The Weekend Not Just I Could Do With The Money But This Is Something That's Happening And I Came Back And Said Okay It's A Bond Figure But The Telescope Goes Through His Eye And Comes Out The Back And When You Look Through It You Look Through The Back Of His Head And If That Hadn't Have Happened Then I Produced The Work That's There So It Happened Through A Dialogue Through Somebody Else It Wasn't The Thing That Was Fully Formed That Was Then Delivered As The Turd In The Plaza Thank You Very Much I Have Taken Some Notes With Me So I Think It Would Be More Comfortable If I Can Use Public Art Takes Place In A Public Context In Which Democratic Consideration Have A Legitimate Wall To Play Accordingly It Is Necessary To Have Engaged With Citizens In Relation To Public Art And To Have Transparent Commissioning Processes Certainly The Artistic Choices Of Those Commissioning Public Cannot Be Objectified But They Should Be Explained This Is A Democracy This Process Supports And Sheds Lighten The Responsibility Of Decision Makers In Addition To Allowing People The Means To Offer Efficient Critique Public Art Rises Questions Regarding To Public Domain Public Ownership And Indeed The Very Limit Between Public And Private Space Urban Spaces Street Squares Are Currently Used As Much For Commercial Advertising As For Social Struggers The Question Who Own The Public Space Is Raised Public Arts Could Be Able To Provide An Answer Or At Least Some Clarification To This Issue In The Seventies A San Francisco Artist Raised This Question Who Owns Public Space He Interven On A Commercial Billboard His Work Dealed With The Public Health Information To Be Brought To The Attention Of The Local Population His Action Was Illegal But He Wanted To Draw Attention To The Fact That Public Space Should Belong To The World Community And Not To The Private Interest Message That Are To Be Post On This Panel In Public Space Should Be Dedicated To Communicating Public Information Above Other Kinds This Excluded All Business Interest At The Same Times It Was Making A True Visual Art Creations Not Just A Slogan Public Art May Be Associated With The Of Public Works And Joins Other Diverse Forms Of Public Expression That Takes Place In Public Space There Is A Particular Reality To Art In The City That Is Not Only A Matter Of Physical Location Of The Work But Above All Depends Upon The Subject Matter Or Content Of The Work Obviously All Works Of Art In Art In The City Today Do Not Meet These Expectations If We Consider The Idea Of Promoting Competition Between Artists For Public Art Project To Be Essential Then We Must Question The Validity Of Any Given Procedure With Regard To Artistic Purpose The The Question That We Can And Even Must Ask Ourself Is Should All Competition Follow The Same Procedure I Will Say Certainly Not The Approach Taken Should Be Adapted And Model Deleted Depending On The Nature Of The And The Type Of Program And Also Taking Into Consider The Budget Variable A Commission For A Commemorative Work Is Strictly Defined In The Propose Is A Commemoration Of An Event Or A Person Of Historical Nature In Such Case The Artistic Answer Depends On The Subject Matter Of The Requests The Modalities Of This Competition Can Be More Strictly Defined In Other Cases Artists May Be Asked To Make A Proposal For A Place Such As A Public Square Which Aim To Mark A Territory Symbolically No Theme Or Specific Guideline Are Given Except For Limitation Of A Technical Nature Regulatory Or Otherwise Sometimes Even The Location Of The Work Is Left To The Judgment Or The Decision Of The Artist In Such Cases A Sponsor May Simply Suggest Are Of Research Direction But Not Specific Orders These Circumstances Require Much More From The Artist It Require Their Involvement Is A Side Selection And A Good Knowledge Of The Context In Term Of Social Cultural Historical Urban Aspects This Implies A Huge Amount Of Work In Term Of Research Exploration And Contours And Discoveries In Such A Case The Modalities Of Competition Must Enable The Artists To Achieve Their Objectives The Specification Of The Proposal Should Encourage Them To Participate Further From My Own Experience Having Been In In Several International Competitions The Time Time Given To Artists In Design Stage Which Is The Most Essential Phase Of The Artistic Creation Is Often Inadequate From The Moment The Candidates Invited Compete After Visiting The Site And When They Must Submit Their Proposal More Time To Be Dedicated To This Stage Is Necessary Through Six Month Depending On The Program The Second Issue Is Financial The Compensation Provided For Artists Are Often Insufficient To Enable Them And To Devote The Necessary Time To The Project For This Reason Some Artists Recycle Or Use Proposal Already Issue In Other Circumstances This Takes Away The Credibility Of The Competition The Goal Of Public Commissions In My Opinion To Promote The Development Of Artistic Creation In The Public Space This Is Not Only A Way To Provide Work For Artists It Is More Than That The Aim Is Qualitative Rather Than Quantitative The Vitality Of Public Art As A Field Of Practice Cannot Be Measure By The Number Of Commissions Artistic Creation In The Public Space Have Chanced Dramatically In Recent Decades There Are A Number Of Artists Today Whose Approach Of The Creative Process Doesn't Fit Easily Into The Framework Of Competition Procedures This This Include Our Form That Are Not Entirely A Finished Object And That Are Characterized By The Social By Numerous Developments In Connection With The Social Life Or Environment This This Even For Many Of Them A Matter Of Principle Because Of That The Most Common Strategy Of This Time Tends To Be Competition By Invitation Based On The Primarily Selection Of Candidates It Is It Is The Most Appropriate Formula If Not The Most Accurate Yet It Has Its Limits Indeed It Promotes Artists Who Already Have A Career In The Field Of Public Art At First It Excluded The Emerging Artists The Reputation Will Be An Important Criterium This Selection Process Could Be Described As Conservative The Risk Is Therefore To Appeal To The Same Artists There Is Also The Issue Of Specialization Of Artists We Come To Judge The Ability Of Artists Based On What They Have Done Previously So It Deems Most Appropriate To Select An Artist In A Competition For A Memorial If It Has Previously Designed Project Of This Amplifies The Idea Of Specialization Which Is Not Necessarily A Good Thing How Could It Be Corrected One Possibility Would Be To Empower The Jury Of Your Professional To Select The Candidates And And Thus Identify Other Criteria That They Only References To Previous Work The Competition Does Not Really Begin Until The Guest Artists Were Chosen It Is To Them And Only To Them That Will Be Ask To Make A Proposal The Preliminary Step One That Let To The Choice Of Artists Invited To Compete Is Often Obscure Yet It Is Crucial The Reason Which Let The Jury Or Selection Committee Are Not Made Public Often Most Of The Time In Fact We Don't Really Know How It Works We Can Do A Lot Of Speculation This Stage Lags Of Information The Motivation Of The Choice Of The Of Candidates I Mean The Invited Artists By The Jury Should Be More Explicit To Reduce The Pressure Of Particular Interests I Will Say Something About Participation After After Okay 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 Thank You Wettbewerb 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 sind allemal ein Zweitens Zweitens Eine Situation zu bearbeiten Es geht Es geht darum Es geht darum etwas Neues explizit auf die Situation Ausgerichtetes zu entwickeln Dabei kann man nicht auf den über Jahre ausgearbeiteten Stil oder auf seine Fähigkeiten innerhalb eines Materials zurückgreifen sondern fängt in der Regel immer bei Null an Die Entwicklung einer funktionierenden Idee für eine Situation ist also Hauptbestandteil der Wettbewerbsarbeit zweistufige Verfahren die die unbezahlte Vorleistung in der Regel gering halten möchten und nur eine grobe Ideenskizze abfragen haben in der Praxis für uns als Künstler zufolge dass die Idee dennoch inhaltlich funktionierend und komplett entwickelt werden muss ansonsten würde sie bei einer weiteren Ausarbeitung eventuell gar nicht mehr funktionieren und sowieso wäre sie nicht konkurrenzfähig wenn sie am Ende wenn sie nicht zu Ende entwickelt werden würde für den Wettbewerb Sie wird also in der Regel komplett ausgearbeitet dann aber nur skizzenhaft dargestellt ich halte dies für eine Mogelpackung und drittens als Künstler geben wir uns eben doch gerne her für autoritäre Repräsentationsansprüche an die Kunst im öffentlichen Raum das heißt wir sind froh wenn öffentliche Auftraggeber besonders viel Geld zur Verfügung stellen und hinterher eine besonders große Party feiern und das Projekt auch noch besonders weit publizieren das ist aber in erster Linie die Politik der Senator oder wer sonst auch immer ein öffentlichkeit wirksames Podium für sich gefunden hat und die Kunst selber weniger eine Rolle spielt das sind wir sehr schnell bereit zu verzeihen denn wir sind ja glücklich dass der Kunst im öffentlichen Raum überhaupt ein gewisser Rahmen zugestanden wird gerne also etwas Glamour die Instrumentalisierung nehmen wir gerne in Kauf hoffend dass davon eben nichts auf unser Kunstwerk abfärbt das sage ich extra jetzt mal so etwas provozierend in den Raum ja vielen Dank Thorsten ich denke wir haben genug Stoff zum diskutieren ich will das jetzt nicht alles zusammenfassen möchte von vornherein aber sagen dass wir sie alle gerne mit einbeziehen in der Diskussion ich finde die Participants wie das schon auf Englisch heißt sich gar nicht so stark beteiligen bisher an den Diskussionen die ich mitgemacht habe deswegen sind sie aufgefordert wenn sie wollen gerne gleich was dazu zu sagen genauso ist das Podium aufgefordert auch etwas zu diesen verschiedenen vorgebrachten grundsätzlichen Positionen aber auch pragmatischen Einwänden der Unterscheidung der Wettbewerbsarten zu formulieren ich möchte gerade ganz kurz noch der Herr W hat es ja im Prinzip dargelegt ein bisschen Einblick über diese Wettbewerbsdurchfügung der Thorsten hat es jetzt auch nochmal gesagt ich möchte sagen dass was ich ja auch tue mich im BBK engagieren dass ich sehr wohl mir darüber im Klaren bin dass es eigentlich für die Künstler darum geht diese Prozesse irgendwie händelbar zu machen das heißt Wettbewerbsarbeiten alles was man dafür tun muss sollte relativ stringent abarbeitbar sein die Vorgänger sollten eigentlich transparent sein damit möglichst viel Zeit und Energie in die Kunst geht das ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Geschichte auf der anderen Seite muss ich sagen es gibt immer so einzelne Bereiche wie der Thorsten hat es jetzt angesprochen man fühlt sich ein bisschen schlecht weil man für den Staat arbeitet oder so ich wollte eigentlich mit dieser Problematisierung des Begriffs des öffentlichen Raums genau auf diese komischen Vorstellungen nochmal hinweisen wenn man jetzt her geht und sagt das Öffentliche entsteht eigentlich überall da wo es thematisiert wird und dann auch die Räume dann geht man eben nicht mehr nur von einem architektonischen Raum aus es kann ein medialer Raum sein ein virtueller Raum jeder Raum kann das sein und dann bedeutet auch dass wenn wir das Öffentliche erst herstellen ja und damit meine ich nicht nur die Künstler sondern natürlich Kunst die sich vervollkommnet in der Kommunikation darüber dann sind wir diejenigen die das konstruieren ja und wenn überhaupt das irgendjemand in Auftrag gibt dann ist das die Öffentlichkeit also nicht der Staat und wenn man also diesen Diskurs über diese Definition des öffentlichen Raumes wirklich versucht kontinuierlich zu führen dann kommt man auch zu diesen Ergebnissen die sich mit diesen Problemen die hier entstehen auch in der Auswahl in der Jurierung der Arbeiten dieses Verhältnis von Knowledge was man haben muss und diesem Zeitaufwand wir haben ich war in einer Jury da gab es 250 Beiträge die musste man Bewerbung die musste man glaube ich die wurden präsentiert in einminütigen Vorträgen das muss man sich mal vorstellen ja das ist natürlich verrückt und diese ganzen Geschichten glaube ich dass durch einen kontinuierlichen Prozess Diskurs besser handelbar sind ja wenn jemand was sagen möchte sage ich nochmal kurz zu den verschiedenen Einwürfen was die ja alle sehr spannend sind und alle eigentlich darauf gerichtet also die herrschende Praxis eigentlich zu verbessern einerseits inhaltlich subversivere Entwürfe sowohl auch in der Form als auch im Inhalt Welony Baumann präsentiert hat mit in diese Gremien in der von der öffentlich beauftragten Aufgabenstellung mit reinzunehmen die formal die Möglichkeit haben die aber dann doch selten empfohlen werden nicht weil sie nicht unbedingt eingereicht werden es gibt natürlich diese Auslobung für das Einheitsdenkmal war eine der schrecklichsten Auslobungen die wir in den Jahren hatten seit ich zumindest in diesem Bereich aktiv bin es gab andere Auslobungen auch eine Auslobung eine Wettbewerbsaufgabe für Künstlerinnen ist ein demokratischer Prozess der in diversen Gremien wo auch Künstlerinnen und Künstler drin sitzen Kunstwissenschaftlerinnen und so weiter erarbeitet werden und je mehr diese Diskussionen geführt werden je mehr sie sich als Künstlerinnen auch damit einbringen desto besser kann das Ganze auch werden also uns ist sehr daran gelegen dass diese Aufgabenstellungen wie sie aussehen natürlich auch demokratisierbar sind und es gibt sagen wir mal das Einheits- und Freiheitsdenkmal war ein extrem konservativ wenn nicht Lou Favorit würde ich sagen reaktionäre Aufgabenstellung die auch derartig überladen war auch eine Jury die überhaupt nicht fachkompetent war und die auch geplatzt ist die selbst in den Umgangsformen nicht mal irgendwie zivilisiert wirkte und es ist etwas anders als Herr W. sagte dass es nicht öffentlich wird was in der Jury passiert es gibt Juryprotokolle die sind da steht natürlich nicht immer genau drin wer wann was gesagt hat aber es ist nachvollziehbar wie die Prozesse laufen und diese Juryprotokolle sind auch einsehbar jetzt habe ich eine Meldung von Doris Koch ich glaube du brauchst ein Mikro wegen der Übersetzung ich möchte einfach ein paar Fragen stellen zu diesem was ihr in den Raum gestellt habt dass Wettbewerb praktisch die Form sein soll da frage ich mich was du gerade gesagt hast basiert auf diesem repräsentativen Modell auf einem repräsentativen Modell wenn ich die Entwicklung die wir im Moment weltweit haben anschaue dann ist es genau das Modell was im Moment total in Frage steht und ja frage ich mal was heißt es dann für diesen Bereich das ist das eine das zweite ist wenn ich die Entwicklungen angucke dann sehe ich überall dass Kooperation gebraucht wird oder Kooperation ein ganz großer Wert ist und ich frage mich wie kann Wettbewerb Kooperation fördern und wenn ich diese Beispiele die genannt wurden anschaue dann würde ich mal sagen dass ganz viele in dem Wettbewerbskontext viele künstlerische Praxis ist in dem Wettbewerbskontext nicht kompatibel also ich versuche mal kurz darauf einzugehen Doris falls jemand von euch auch noch was dazu sagen möchte du hast völlig recht es gibt aktuell eine Krise der Repräsentation und wir haben uns oft mit dem Gedanken befasst natürlich sind diese Fachkommissionen auch eine Art von repräsentativer Demokratie aber eine repräsentative die Repräsentation ist deshalb auch in Frage gestellt weil es oft keine Demokratie mehr ist weil selbst diese Form der nicht direkten Demokratie die wir nicht haben es gibt keine Räterepublik in der Bundesrepublik auch in keinem anderen Land es gibt eine Infragestellung der Repräsentation und ein Versuch auf verschiedenen Ebenen direkte Demokratie zu praktizieren aber es gibt eigentlich kein Land der Welt im Moment wo das allgemeine Praxis ist ich glaube dass der Kunstbereich der natürlich ein Teil der Gesellschaft ist wir versuchen ihn bis zum gewissen Grad vom Markt freizuhalten von der Verwertung bis zum gewissen Punkt wir können natürlich ihn nicht völlig da rausnehmen aber bis zum gewissen Grad als eine Errungenschaft der Öffentlichkeit zu bewahren aber ich denke auch dass es schwierig sein wird im Bereich der bildenden Kunst für den wir ja alle hier sitzen und der Musik auch Entschuldige Lu dass man wenn man da anfängt man kann demokratisieren bis zum gewissen Grad und das ist auch also das versuchen wir auch in den diversen Wettbewerben und es ist immer eine Frage auch des Kräfteverhältnisses inwieweit Öffentlichkeiten damit einbezogen werden wie weit deren Ansichten nicht nur dokumentiert sondern auch einbezogen werden in Entscheidungsprozesse und das ist eigentlich immer auch eine Frage der Auseinandersetzung es kann sein dass bestimmte künstlerische Formen mit Wettbewerben nicht vereinbar sind wir würden jetzt selbst keine einfallen ich denke da eher wie Leonie das genannt hat dass es darum geht die Bandbreite von dem auch die Infragestellung von bestimmten Sachen mit aufzunehmen diese Prozesse nach den vielen Jahrzehnten die ich selber in diesen Prozessen an den unterschiedlichsten Stellen allerdings nicht als Künstlerin sondern auf allen anderen Positionen beteiligt war und wir ja hier uns mit der Frage beschäftigen sollen ob dieses Modell der Wettbewerber ein internationales Modell werden soll und wir sozusagen exportieren muss man doch auch über Schwierigkeiten reden die Schwierigkeiten sehe ich auf ganz vielen Ebenen das fängt damit an dass eigentlich mal darüber nachgedacht wurde übrigens auch von Künstlern mehr integrative beziehungsweise interdisziplinäre Prozesse von Anfang an zwischen Architekten und Künstlern zu installieren woraus ganz neue Dinge entwickelt werden könnten das passiert so gut wie gar nicht im Gegenteil also nach Jahrzehnten haben wir es immer noch mit Architekten zu tun die total erstaunt sind dass es Kunst an Bauregelungen gibt in Deutschland die so tun als wenn das was im Wettbewerbswesen der Architekten ja völlig normal auch und akzeptiert ist für die Kunst überhaupt nicht gilt und eigentlich also auf allen möglichen schlichen versuchen diese Regeln außer Kraft zu setzen das ist erstmal die Realität das heißt es geht schon immer erstmal mit einer Konfrontation oder zumindest um das vorsichtig auszudrücken mit unterschiedlichen Vorstellungen los der Prozess schwierig was ich auch kompliziert finde ist und ich bin hundertprozentig mittlerweile davon überzeugt dass Demokratie die richtig ist dass diese Verfahren mir fällt keine andere gute Alternative ein aber letztendlich dazu führen dass die zeitgenössische Kunst nivelliert wird jede demokratische Diskussion ist ein Austausch von Kompromissen ist ein Austausch von Positionen und was dabei herauskommt ist nie das was eigentlich der Strömung der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst entspricht im Gegenteil es gibt sogar so grauenvolle Ergebnisse insbesondere in Schulzusammenhängen wenn es darum geht kindgerechte Kunst am Bau zu realisieren dass man wirklich nur noch schreiend rauslaufen kann das ist die Realität das heißt wir müssen doch wirklich also entweder wir begreifen diese Wettbewerber als einer der vielen mühseligen Kunstvermittlungsprozesse dann finde ich das total in Ordnung und da bin ich auch ständig in erster Linie dabei aber was ich wirklich kompliziert finde es wirklich als ein Idealmodell zu verkaufen das finde ich schwierig und die Tatsache dass es so gut wie gar keine partizipativen Prozesse gibt Ideen gibt die in irgendeiner Weise überhaupt die Chance hätten in diesen an diese Kunst am Baumittel zu kommen ist doch ein Zeichen dafür dass aus tausend bürokratischen Gründen Verwaltungssachzwängen und so weiter Künstler in ein Schema gezwungen werden was von vornherein schon ganz viele Ideen unterdrückt und gar nicht möglich macht das ist die Realität und ob das nun so richtig der tolle Exportschlager ist das wage ich zu bezweifeln Thorsten Goldberg ja ich habe den Einwand eben auch so verstanden dass er sich auf diesen Satz nicht offene und offene Wettbewerbe als besondere Form der Kunstförderung und so weiter sind förderungswürdig verstanden und eine Frage nach neuen Findungen und Setzungsformen Kunst im öffentlichen Raum die heute natürlich sich auch berechtigterweise vollkommen umdrehen denn Wettbewerbe gehen immer davon aus dass irgendein Gremium von Fachleuten bestimmt was im öffentlichen Raum passiert andere Formen nehmen sich des öffentlichen Raumes an und okkupieren ihn und bestimmen an sich was im öffentlichen Raum passiert das sind völlig andere Formen damit umzugehen beide Formen sind notwendig meines Erachtens und berechtigt ich glaube aber nicht dass kooperative Verfahren in Wettbewerben keine Chance hätten das glaube ich nicht sondern die Wettbewerbsverfahren wie sie im Augenblick existieren und damit stimme ich auch Leonie Baumann vollständig überein sind nicht darauf ausgerichtet dass solche Verfahren solche künstlerischen Vorschläge und Ideen im Augenblick zum Zuge kämen und das ist ein großes Dilemma einerseits glaube ich sehr an Diskussionen an eine Integration einer Projektaufgabe in den Ort in die Situation rein ebenso an eine Kommunikation mit dem Ort und eine Kooperation und einen Crossmedia Ablauf der Arbeit auf der anderen Seite natürlich auch an einen Wettbewerb beide Dinge müssen sich auf gar keinen Fall ausschließen wir müssen nur neue Formen für einen Wettbewerb finden um neuen Formen von Kunst eben auch gerecht zu werden und das bringt mich darauf zurück dass bei allen bei aller Suche nach Strukturen muss eigentlich die oberste Prämisse sein dass es um Qualität der Kunst geht und nicht darum Strukturen oder Prinzipien genüge zu tun und das ist der Punkt an dem ich als Künstler eben oftmals verzweifle auch denn ebenso wie Leonie Baumann gesagt hat brauchen wir uns nur umschauen und sehen wie viele Beispiele an Dingen im öffentlichen Raum seit 40 Jahren stehen die eben nicht unseren Ansprüchen an Kunst im öffentlichen Raum genügen das passiert damit müssen wir umgehen ganz kurz ich habe so wie Elphi auch ich kann mir im Moment eigentlich nichts vorstellen was nicht geht ja also an Kunstform weshalb ich nochmal darauf zurückkomme ist natürlich die Frage der Definition ja wenn ich sage das ist irgendwie der berühmte Mann auf dem Pferd dann kann das natürlich nicht virtuell sein ja oder vielleicht doch also das heißt die Frage der Definition und wenn wir diesen Definitions diesen Diskurs führen dann kommen wir auch zu diesen Punkten die momentan in der Verfahrensweise nur schwer möglich sind ja also das fängt ja oft auch da an Thorsten hat das ja angesprochen diese zweiphasigen Geschichten wo eigentlich eine Idee abgefragt wird aber der Künstler muss eigentlich schon fertig sein damit ja das ist natürlich absurd dann kriegt er wenn überhaupt einen kleinen Abschlag für die Arbeit die er eigentlich schon vollkommen gemacht hat ja er hat jetzt nur noch nicht den Schweißer engagiert der Kortenstahl zusammenschweißt ja das hat er noch nicht gemacht aber da oben ist alles schon fertig ja das ist natürlich ein Problem das andere ist repräsentative Demokratie das ist ja jetzt in dem Sinne so wie du das sagst eigentlich ja weltweit macht man doch eigentlich gerade was anderes und so jetzt kommen wir damit an aber vielleicht habe ich dich falsch verstanden das ist ja letzten Endes auch ein Begriff der entwickelt werden muss wir gehen ja jetzt nicht her und schreiben Wettbewerbsbedingungen fest für die nächsten 1000 Jahre oder? das heißt ich will diese Idee mal weiterspielen ganz kurz noch Repräsentanten zu bemächtigen etwas in meinem Sinne zu tun ist im extrem gedacht ein Avatar also eine ganz neue Form es gibt ja Leute die versuchen das in der Politik zu etablieren momentan das heißt du suchst dir einen der deckungsgleich ist mit deiner Meinung wenn der nicht mehr funktioniert suchst du dir einen anderen die Extremform davon ist eigentlich ein Avatar der keine eigene Meinung mehr hat sondern in diesem politischen System genau das macht was die Mehrheit entscheidet das virtuelle System würde solche Möglichkeiten vielleicht erlauben das heißt ich will damit nur sagen diese ganze repräsentative Demokratie ist noch nicht am Ende gedacht ja so I mean I think the art of public art is actually making it happen I mean the problems that we're talking about are the things that make this particular area particular I mean and if you have I'm not against competitions but I think it's a crucial issue as to who's on the selection committee and if the selection committee is entirely made up of people such as ourselves it's over you know we might regard ourselves you know to be experts and of course we are all citizens as well as artists or educators or facilitators but there has to be for public art to be public it has to be forged in a public arena from the very outset Julie Gibt es noch Ja dann möchte ich noch kurz was wenn es keine weiteren Meldungen gibt möchte ich noch kurz was sagen zu diesen Dingen die jetzt von Leonid auch Thorsten nochmal erwähnt wurden dass die aktuellsten Ausdrücke zeitgenössischer Kunst oft Schwierigkeiten haben von den Juries entschieden zu werden wir kennen das mit Leonid zusammen wir sind oft ich als Sachverständige als Jurorin in vielen Juries auch in Ausschüssen ich muss sagen es gibt da wie überall im Leben und in der Geschichte eine ungleichzeitige Entwicklung rein formal haben wir das die letzten Jahre über durchgesetzt dass im Land Berlin eigentlich die zeitgenössischsten Formen möglich sind empfehlbar sind von Juries aus öffentlichen Geldern in der Tat ist es so dass man natürlich der Kompromiss der darin besteht meines Erachtens nicht unbedingt das Mittelmaß zu befördern aber ein Ergebnis eine Diskussion zu haben mit Menschen die keine Sachverständigen von Kunst sind eigentlich im Doris Sinne nicht unbedingt repräsentativ sind für irgendwas sondern eben auch Leute sind die im Alltag nicht damit befasst sind und dass es sehr sehr wichtig ist Kevin hat es auch gemeint wer in den Juries hockt und wenn wir selber da drin sind wenn wir mitdiskutieren können und ich denke ein Teil der Leute die hier sind sind das ist es natürlich auch an uns diese Überzeugungsarbeit zu leisten und das Ganze durchsetzungsfähig zu machen wir haben Partizipation wir hatten das unheimlich oft in Auslobungen stehen dann vom letzten Komma kriegt die Verwaltung immer Schiss weil ja die Steuer wie rechtfertigen wir das oder temporär aber es war alles möglich und oft ist es so je höher das angesiedelt ist ob das bundesweiter Ebene ist landesweiter Ebene in den Bezirken zum Beispiel ist manches möglicher an subversiven Kunstformen mit weniger Geld als vielleicht auf Landes oder staatlicher Ebene je weiter höher man kommt und je weiter höher auch die Beträge oft sind desto schwieriger wird das und es hat sehr viel auch mit Überzeugungsarbeit zu tun deswegen möchte ich auf diesen demokratischen Charakter nochmal zurückkommen an dem wir ja alle beteiligt sind es ist ja auch so dass wir selber auch die Demokratie immer wieder durchsetzen müssen dass die nicht gegeben ist und dass wenn die erstreiten muss und auch im künstlerischen Bereich ist es so und ich denke die möglich zumindest die formalen Möglichkeiten die wir haben und ich würde mich auch trotzdem natürlich ist das alles unglaublich viel kritisierenswert es gibt unheimlich viel schlechte Kunst am Bau es gibt auch viel schlechte Kunst im öffentlichen Raum nicht alles Ergebnisse von künstlerischen Wettbewerben weil alles im öffentlichen Raum gemacht wird der ist umstritten der ist ein Schlachtfeld das ist überhaupt keine Frage aber ich denke dass es an uns allen ist die Qualität ist natürlich das Primat dessen was rauskommen soll bei einem Wettbewerb ist aber auch genau die also die Antwort auf einen Ort wie der gestaltet werden soll wie mit den Nutzern umzugehen ist dass es ein Prozess ist der ich kann mir einen Moment ich kann mir viel vorstellen für eine bessere Gesellschaft eine andere Welt die möglich ist und eine demokratische Reform aber ich denke dass wir in diesem Bereich den Prozess weiter demokratisieren könnten und ein Ergebnis davon wäre eben diese Dinge durchzusetzen das ist auch eine Frage dessen was durchgesetzt werden kann just to say that the quality is in the process not in the product no there is not a pre-existing notion here is a here is a wonderful work of art have it if the process is good then you get quality it's not pre-existing the process it's a very practical question wer zum Beispiel Bundesauslobungen wer formuliert die denn eigentlich weil die sind ja oft so eng dass dass überhaupt partizipatorische Sachen oder irgendwie und nicht mal man kann sich ja oft nicht mal eine andere Ecke vom Raum aussuchen wo man was machen will auch wenn der Raum viel größer ist wer formuliert die eigentlich das sind ja auch wieder Gremien in der Regel des Bundesamts für Raumordnung es gibt ein Gremium beim Bund aber das wird nicht immerhin zugezogen denn das betrifft den Sachverständigenkreise also das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat einen speziellen Sachverständigenkreis da sind unter anderem die Künstler Marcel Odenbach Veronika Kellendorfer drin vertreten auch Architekten Jo Schöpfer und Künstlerverbände Werner Schaub vom Bundesverband Bildender Künstler der ist auch der Sachverständigenkreis ist auch auf der Homepage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit veröffentlicht also den findet man auf der Homepage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung es geht um die Frage der Qualität der Verfahren also jedes Verfahren es gibt gute Verfahren es gibt schlechte Verfahren jedes Verfahren braucht Qualität und braucht vernünftige Grundsätze und wenn natürlich in einem Wettbewerbsverfahren steht okay die Aufgabe des Künstlers der Künstler oder die Künstlerin soll die Bedeutung des Weltfriedens für die Eroberung des Universums oder ich weiß nicht was stehen okay dann wissen wir wohin das geht also da ist es eine Frage der Formulierung und der Elaboration der Ausarbeitung des Wettbewerbes der Qualität des Wettbewerbes im Vorfeld und wenn ein Wettbewerb nur eine administrative Aufgabe ist dann geht natürlich die Qualität eines solchen Projektes verloren Ich frage jetzt nur mal wenn ich die Arbeit Wohin Kollege angucke die ihr vorhin präsentiert habt wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr eine lange Recherchephase gehabt aus der eigentlich die Idee entstanden ist dann oder die Form eures Projektes Bitte Mikro wegen Übersetzung Nein es war genauso wie bei allen Wettbewerben wir haben unsere fertige Idee komplett abgeben müssen und dann kam der Schweißer mit dem Containenstahl Das war unter Kivit entstanden das Projekt ist das richtig? Genau aber da stellt sich ja auch genau so ein Unterschied aus der verschiedenen Baureferat oder Kivit in München ist gebunden ans Baureferat hier in Berlin funktioniert es etwas anders in München werden zum Beispiel keine Nutzer in die Wettbewerbsverfahren mit einbezogen jedenfalls nicht in die Jury-Situation das ist das was Friede Müller eben sagte den Prozess natürlich auch besonders schwierig macht hier besteht die Übereinkunft dass Nutzer in dem Falle wäre das die Stadtreinigung gewesen in Fallen von Schulen sind es Lehrer oder Direktoren in Fallen von Krankenhäusern sind es Ärzte immer mit in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden das halte ich prinzipiell auch natürlich für eine gute Sache macht die Geschichte aber unendlich schwierig denn man hat mit Leuten zu tun die das erste Mal eine zeitgenössische künstliche Raumformulierung vor sich sehen und die muss man während eines Verfahrens von zwei, drei, vier, fünf Stunden sechs Stunden meinetwegen irgendwie überzeugen und im schlechtesten Falle kriegt man einen blödsinnigen Kompromiss raus von irgendwas was so einigermaßen zeitgenössischen künstlerischen Anforderungen oder Ansprüchen genügt aber ebenso auch kompatibel ist mit einer völligen laienhaften sich auf Kunst wenn die Wettbewerbe so gestrickt sind dann ist das wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss trotzdem halte ich selber an der Überzeugung fest dass es gut ist mit Nutzern zu kommunizieren im Vorfeld und Nutzer mit in die Entscheidungsfindung einzubeziehen und bin nicht der Meinung wie das in Kivit meinetwegen in München gemacht wird dass die komplett rausgenommen werden aus der Jury-Situation nein das stimmt nicht doch ich bin davon aber bitte also wenn wenn man das als schwierig ansieht dann haben diese ganzen Wettbewerbsverfahren eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr weil das für mich der einzige Grund ist überhaupt noch solche Verfahren mit zu initiieren mit zu machen und auch mit zu formen in gewisser Weise weil wie Kevin schon sagt dieser Prozess der Auseinandersetzung der Prozess der Diskussion wir haben das ja auf den unterschiedlichsten Ebenen ob das Denkmalprozesse waren ob das Erinnerungszeichen waren ob das auch diese sogenannte kindgerechte Kunst die Diskussion darum nur deswegen macht es Sinn sich überhaupt in diese Verfahren zu begeben weil das eigentlich der einzige Aspekt ist der noch Sinn macht das ist das was ich unter Kunstvermittlung begreife und wo es überhaupt eine Auseinandersetzung über Kunst geht ich würde sehr vorsichtig mit dem Begriff Qualität der Kunst umgehen also sowieso aber in Kunsthandbau oder Kunst- und Stadtraumprozessen noch viel vorsichtiger ich würde eher von sowas wie Authentizität reden von Kunst oder Ergebnissen oder auch eine Authentizität des Prozesses der Hinführung zu einem Ergebnis weil dieses Ergebnis letztendlich nur aus dem ganzen Kontext des Prozesses verstehbar ist beziehungsweise den Meinungen aller Beteiligten auch der Künstler selber macht noch einen Veränderungsprozess in der Realisierung durch das ist alles so wenig statisch wie man sich das eigentlich nur idealerweise vorstellen kann das ist wahnsinnig mühselig aber das ist der eigentliche Sinn warum man überhaupt noch solche Verfahren macht die Annäherung an ein optimales Ergebnis nicht das Erreichen sondern die Annäherung dahin I think you're right I think the artist changes he or she they change and sorry just the point about using lay people on a panel it depends how they're used I mean if all too often if the lay person has asked their opinion about art then everything goes wrong but the lay person might have lived in that location all of their lives and contribute some fact or some thing that completely flips it in a way that is transformative so it's how it's managed Ja ich möchte einen Gedanken noch weiter verstärken also gerade das Gespräch über Kunst also der Wettbewerb bietet eben gerade die Möglichkeit ein Gespräch über Kunst in Verbindung mit dem öffentlichen mit dem öffentlichen Raum zu eröffnen und dieses Gespräch über Kunst und die Öffentlichkeit die Kunst und das Öffentliche ist also eine zentrale Qualität des Wettbewerbs Gedankens und die geht es einfach darum zu stärken und ich denke dass dafür eben gerade auch ein offener Wettbewerb ein großes Potenzial an Vermittlung von Kunst von zeitgenössischen künstlerischen Auseinandersetzungsformen mit dem Öffentlichen bietet wenn man natürlich einen offenen Wettbewerb nur als eine Pseudo einen vorgespielten Demokratieersatz durchführt wie das in dem Fall des schon angesprochenen Beispiels vom Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin war dann kann natürlich damit wenig angestoßen werden aber wenn man Demokratie in diesem Prozess eines offenen Wettbewerbes zulässt und wünscht und das auch entsprechend einbindet dann kommt ein offener Wettbewerb auch entsprechend zum Tragen sprich Gespräch Diskurs über Kunst und Kunst im Verhältnis zum Öffentlichen zu ermöglichen und das darum geht es mit den Wettbewerben das ist das Ziel von Wettbewerben und ich denke das muss man weiter verstärken und weiter qualifizieren Ich habe jetzt von Anke ein Zeichen bekommen dass wir zu Ende kommen sollen habe noch eine Wortmeldung von Luke Ich wollte noch eine kurze Sache sagen weil das vorhin angesprochen wurde dieser öffentliche Raum ich sage mal Außenraum dazu um den gibt es eigentlich enorme Konkurrenz und diese Regelung mit den Wettbewerben und ich gehe davon aus von einer Quotierung von Geldern für Kunst im öffentlichen Raum hat auch den Effekt dass man quasi diese privaten Bestrebungen diesen Außenraum in einen profitablen Raum zu verwandeln ein Stück weit reglementieren kann was ich damit sagen will ist zum Beispiel es gibt Bestrebungen ich habe vor kurzem eine Broschüre von der Werbeindustrie in die Hand bekommen da geht es um Ausblicke der neuen technologischen Möglichkeiten da wird unter anderem davon geredet den voll digitalisierten U-Bahnhof Friedrichstraße jetzt an anderen Standorten zu etablieren und man verspricht sich von einer sogenannten Hologrammwerbung das heißt Werbung die Optik den Eindruck des Raumes vermittelt einen enormen Zuwachs an potenziellem Mehrwert so wird das formuliert dieses Out of Home nennen die das übrigens diesen Außenraum also unseren öffentlichen Raum nennen die Out of Home das bedeutet natürlich man ist als Privatperson in diesem geschützten öffentlichen Raum der nur dadurch entsteht dass man eine Trennung hat zwischen diesem privaten und dem öffentlichen plötzlich immer neuen Situationen ausgesetzt denen man sich nicht mehr entziehen kann ich muss diesen Außenraum ja durchqueren das ist ja jetzt nicht ein Raum den ich mir angucke ich muss da durch plötzlich werde ich verfolgt von dreidimensionalen Currywürsten das ist alles mittlerweile machbar also ich meine vielleicht dauert es 20 Jahre und ich will auch sagen ich bin gar nicht so unglücklich darüber weil je komplizierter die Technik ist desto leichter ist sie zu sabotieren also ich verspreche mir da auch wieder ein ganz anderes Maß an Partizipation ja vielen Dank Lu für das letzte Statement vielen Dank euch allen für die Diskussion wir haben viele Anregungen bekommen denke ich die wir umsetzen können der Verbesserung der Wettbewerbsverfahren der weiteren Demokratisierung und ja haben Sie vielen Dank für die Beteiligung und wir sehen uns noch des weiteren ich möchte auch auf unsere Zeitung hinweisen Stadtkunst in der viele Wettbewerbsprozesse geschildert werden auch unter anderem auf dem Titelbild sehe ich das Kunstwerk von Maria Linares ein bezüglicher Wettbewerb der partizipatorisch war auch das gibt es von öffentlichen Geldern vielen Dank grünen dass d d die Vielen Dank.